Und hoffen wir, dass es gleich nach dem Neustart besser ist. Weiß ich nicht, ich kann grad nichts machen. Naja, fahren wir erstmal so weiter. Also ich kann schon was machen, aber es ist halt alles so, ne? Ja, ich weiß was du meinst. Dieses Spiel ist einfach toll. Vielleicht liegt es dann, wo wir das DLC gekauft haben. Ey, ich weiß es nicht. Weil das war das letzte, was sich am Spiel geändert hat, dass wir uns beide das DLC geholt haben. Ja, keine Ahnung. Und DC sagt jetzt so, äh, du willst weiterspielen? Vergiss es. Danke, dass sie so pünktlich sind. Oh, ich werde bloß für meine Pünktigkeit. Tag. Standard. Ich kann halt nicht mehr auf die Schaltflächen drücken, ich muss irgendwo daneben drücken. Ich weiß es nicht. Ja, bei Exegate wird das lustig. Ja, gut. Ich wollte einen Bus fahren mit erschwerten Bedingungen. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Oh ne, hör auf. Oh ne, hör auf. Was? Oh, die wollen immer Fahrkarten ab. Warum sind unsere Streams eigentlich immer voll mit Chaos? Ich weiß es nicht. Oh nein, nicht noch einer. 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 Ich musste immer den Schritt drücken. Es geht nicht. Oho. Krieg sie hart. Komm schon. Oh ne. Und ich bin jetzt erst auf dem Rückweg. Oh nein. Achso, ja gut, ich bin schon lange auf dem Rückweg. Ist mir nur nicht aufgefallen wegen der vielen Komplikationen, die ich ja schon hatte. Das Gute ist... Du meinst ein paar Menschen, die du umgefahren hast? Der eine ist nämlich reingerannt. Naja. Wird das die 20.000 fahren? Er oder du? Naja. Eigentlich er. Eigentlich er. Naja, aber du zahlst dir. Ja. Also hast du genau rumgefahren. Das ist die Bus-Simulator-Logik. Naja, im echten Leben, wenn dir ein Fahrrad vor das Auto fährt, ne, weil der Fahrradfahrer zum Beispiel bei Rot gefahren ist, hat auch der Autofahrer Schuld, obwohl eigentlich der Fahrradfahrer schuld hat. Im echten Leben muss auch immer der Autofahrer sein, auch wenn der Mensch gegen das Auto rennt, ohne dass der Fahrer was gemacht hat oder was dafür kann. Es ist immer der Autofahrer, der zahlen muss. Ich geh nie wieder zu Fuß. Hör ich zu mir wieder raus, richtig. Fahrt kein Auto. Ist teuer. Hör ich zumindest immer von Fußschluss. So. Ja. So. Der hat Scheiße gebaut und wer darf zahlen? Ich. Der hat Scheiße gebaut, wer darf zahlen? Ich. Ich. Das ist so der Standanspruch, den ich dann immer höre. Ich denke so, okay. Also. Man merkt sich, egal was andere Menschen machen, der Autofahrer hat eh immer Schuld. Egal was ist. Oh, der steht ja immer noch hier. Wow. Den hab ich dir voll stehen lassen. Aha. 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 So viel dazu. So viel dazu. Ne? Ich sterbe. Ich sterbe, ey. Vor allem, wie lange der schon auf dich gewartet hat, weil bei mir stand der da ja auch schon, ne? Echt? Ja, das war ja der, der bei mir nicht mitfahren wollte. Ne? Ja, 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 ja. Ach, die eine Runde, die ich jetzt gefahren bin, wird er schon überlebt haben. Das war nur eine Haltestelle dazwischen, er wird überleben. Der läuft ja nicht so viel, der kann länger leben. Keine Ahnung, ich glaube, ob man will. Ja. Ignoriert mich. Ach. Ignoriert mich, das macht eh jeder. Ach. Ich bin nicht jeder. Mein Lach. Habt ihr mich belehren wollen, ja, ja. Mhm. So muss das. Weißt du, ich hab meinen Rollstuhlfahrer Winces einen Putz gehabt, ne? Er musste Winces entfrieren. Bei mir durfte er das schöne Wetter noch mal genießen. Jetzt, weißt du, sonst immer so, oh, das schöne Wetter genießen. Und jetzt so, aha, er möchte den geladen. Ja, aber vielleicht war ihm kalt. Vielleicht hat er einen dringenden Arzttermin. Es ist schönes Wetter. Wo will er denn jetzt noch hin? Guck mal auf die Uhr. Ja. Und? Wir nix und. Da hat der Arzt mir offen. Notärzte? Warum sagst du dann immer zu mir so, wenn ich um zwei Uhr nachts sage, yo, ich muss zum Arzt. Ihr habt doch keinen Arzt. Ja. 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 Genau deswegen. Das ist ja immer, ne? Genau deswegen. Aber es ist ja auch zwei Uhr hier. Es ist ja keine zwei Uhr. Ne, es ist drei Uhr, richtig. Aber nicht in der Nacht. In der Nacht ist es nicht strahlender Sonnenschein. Das weißt du nicht. Scheinbar sind wir ja hier in Deutschland. Danke. Oder zumindest in Europa. Das weißt du nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Danke. Eine Fahrkarte. No, 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 no. No, no, no. Okay. Aber weißt du, was mir da einfällt? Oh Gott, was denn? Bananas in Pijamas. Ey, weißt du, das Stück? Ja, das Stück. Hätte der auch längst fahren können in der Zeit, wo ich ihn abstehen lassen. Das ist einfach die Straße runter gewesen. Siehste? Vielleicht hat er so ihn mit den Arm. Vielleicht kann er nicht mehr so. Wie kommt er dann jetzt nach Hause? Ja, vielleicht wartet da, oder hätte da jemand auf ihn gewartet, der ihn nach Hause bringt. Und jetzt ist er aber nicht mehr da. Weil zu lange gewartet und dachte, ja, da kommt er eh nicht mehr. Merkst du selber den Müll, ne? Ne. Ist logisch. Der Fußbus, genau. Der Fußbus, genau. Der Fußbus. Oh nein, jetzt muss ich der alten Frau in den Schritt... Oh nein. Oh nein. Es war nur die Hüfte. Und der Oberschenkel. Tatsch mich an die Hüfte. Was? Was? Komm, tatsch mich an die Hüfte. Das war aber ne kleine Oma. Sag wann bist du ne Oma? Kleine Omas können auch noch. Diese Position ist so falsch. Ich weiß gar nicht, sieht man meine Maus überhaupt? Ja. Oh nein. Man sieht die Maus. Und ne tolle schöne TARDIS. Ja. Ja. Und vor allem, wo sie überall hinklickt. Oh, ich zuhör das auch ehrlich. Echt? Das ist schön. Das freut mich. Wir wissen halt, dass wir einen an der Klatsche haben. Ja. Das ist halt unser Vorteil. Hybrid. Ähm. Was denn? Was hast du für ein Hybrid? Oh Gott. Sprich dich aus. Komm. Du siehst das doch gar nicht. Jetzt beschwere dich nicht. Jetzt erzähl uns deine Sorgen. Huch. Speak to me. Speak to me, baby. So. Jetzt im Schritttempo. Ich wollt grad die Türze machen, dann guckst du sie doch an. Ich kann mich nur noch auf Minecraft konzentrieren. Oh, es tut mir leid. Ich hab Fragen, sehr viele Fragen. Warum denn? Stell sie ruhig. Ja genau, hau raus. Wir beantworten dir deine seltsamen Fragen. Ja. Wir wollen jetzt nicht irgendwas wiederkommen mit Spank Me Daddy oder so. Mhm. Heute war das kostenlos. Da hab ich nämlich sehr viele Fragen. Ja. Ja, stellt euch gegenseitig viele Fragen. Nein. Ich stelle meine Fragen. Popcorn steht bereit. Popcorn steht bereit. Oh, ich bring gleich durch. Eine halbe, die letzte Hälfte stelle ich hier gerade. Geil. Fliege. Masuna. Masuna einfach nein. Nein. Klar, ich renne auch immer einfach über die Straße. Ich beantworte gerne die Fragen auch mit Masuna, ey. Tschüss. 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 Karottenhose. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bye. Ja, was denn? Der hat eine Karottenhose. Weird, aber okay. Ach, die wollen da hinten nicht raus, weil... Ach. Ja, eröffne ich euch hinten halt auch noch die Türe. Ich bin so verwöhnt, ne? Ja, aber wirklich. Wow. Christina ist amputiert. Aber finde ich schon mal gut, dass wir alle selber wissen, dass wir einander verwerben. Oh, yeah. Ich habe Angst, dass ich jedenfalls immer im Stream drücke, aber nee. Aber, aber, aber ich habe keine Waffeln. Ich will auch waffeln. Ich will auch waffeln. Ich mach ja schon die Hintertür auf. Ich möchte auch waffeln. Warum werde ich ausgeschlossen und kriege keine Waffeln? Ich will ja... Nein, hör auf mich an zu schreien. Krieg doch auch keine Waffeln. Ich will auch waffeln. Nein, wir haben auch keine Waffeln. Okay, dann fahre ich mal die Techte-Mächte-Road. Ja, ich kann gleich erstmal neu starten. Road. Die Neustart-Road, die brauchen wir auch noch. Neustart-Road. Ja, keine Ahnung. Kann ich den jetzt... Fakt, das war zu viel. Warte mal, kann ich den einmal kurz dekorieren? Oh nein. Bitte nicht pink. Fliege, hau ab! Mag dich nicht. Ich fühl nicht, dass du mich küsst. Verarbeiten. Einen Teller, ja. Einen Teller. Einen Teller. Wer kennt ihn nicht? Den guten Teller. Ah, schön. Immer wieder schön. Den guten Teller. Ich erzähl auch immer von nem Teller. Echt? Tust du das? Ja, klar. Immer. Du nicht? Doch, klar. Schön. Also Techte-Mächte-Road. Ne, das nicht, aber wenn halt irgendwie ein Buchstabe fehlt, ist das immer lustig. Weiß nicht, ich finde das generell immer lustig. geht nichts in einem bus an leute geht nichts in einem bus an ich lache mich darauf aber auch selber aus wenn ich was falsch schreibe also deswegen darf das ananas in pyjamas sind lustig anzusehen ananas in pyjamas zwei die sich gut verstehen das habt ihr alle vermisst ne ja irgendwie schon ja so jetzt war hier aber eine plusfahrt hier fährst du bloß aber bloß gibt es nicht mehr nicht lustig nein du bist 2,2 kilometer entfernt es ist ein skandal sag mir dass du alt bist ohne mir zu sagen dass du alt bist klar eine verteilt tschau mit v der moment wenn bloß zu wenig kuss gemacht hat oh was denn alter nein einfach nein naja aber wo er recht hat ja aber nein aber er hat recht ja aber nein da steht da steht da steht da steht eine oma drin kann zurückfahren ja ich habe aber zurückfahren und nicht vorwärts fahren ja geht kann ich maßig nicht lesen der schreibt bei idaria im chat tatsächlich weißt du für meinen chat ist er sich zu fein also sich zu fein für geworden schreibt oh 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 da bin ich zu schnell rüber gefahren na egal aber hey hier sind keine autos in der nähe geil ja ist schon traurig ne idaria war zuerst da moment moment wenn du das so nimmst eigentlich nicht weil du warst zuerst bei mir im chat du kennst idaria nur durch mich durch den 24 stunden stream also ne ne aus ja siehst du siehst du was hybrid sagt idaria hat heute aber zuerst angefangen ja ich weiß sie hat angefangen mich zu ärgern heute das erste mal stimmt nein wieso hä keine ahnung ich glaube ich weiß noch ich bin unschuldig hier ärgere dich erst jetzt danke und das ist eigentlich auch eher auf versehen was wenn ich vor rein kommen kommt die kugel was 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 ähm ich bin ich auch ich bin ich auch ich bin ich auch ja mein panda becher ja 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 okay verstehst du da eigentlich panda 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 papa panda 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 pan ich bin nur noch zwei kilometer von dir entfernt panda für den panda bambus für den panda oh nicht so schnell bambus für den panda ja die frage ist jetzt wen meintest du ich bin ich von spitz vielen dank für die blumen ne das haben wir nicht ich weiß gar nicht mehr was ich noch für's haben oh doch es gibt einen zahm da läuft der ist der beste von allen und da meine ich jetzt nicht ryan macht mich fruchtbar sondern anderen ryan macht mich fruchtbar 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 mhm ich mach ryan fruchtbar du hast doch noch was vergessen juhu juhu das musste einfach mit rein wirklich das war immer so gut juhu 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 es ist halt einfach wirklich so nice jedes mal wenn du juhu sagst es ist einfach eins zu eins genau dieselbe stimmlage und alles juhu 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 es ist einfach so geil tschüss 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 ‹ ja 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 nao det ja ich du bist du ja ich hab das was mit dir ist los ja warum wir jetzt mal über deine städte gelehrt ich weiß ich kenne deine regeln ich hab das auch bei anderen stream voll oft mittlerweile das ich weiß nicht irgendwas geändert haben damit das jetzt noch mal neu durchlesen muss das witzige ist ich hatte das geste beim stream da muss dies dreimal angegeben und ich weiß gar nicht am freitag da hat sich bei mir selber was im chat geschrieben und ich musste meine eigenen chatregeln bestätigen ja gut da dachte ich dann auch das ja alles klar das ist hier schief ich hab das schlag noch gut ausgeglichen tun sein nur noch 1,7 kilometer von dir entfernt aber ich glaube du fährst nicht lang ich kann auch an einer einhaltsstelle auf dich warten nein kannst du nicht nein nein bei mir dauert das noch fahr ruhig ja ich muss aber erstmal eh schritttempo durch den kreise sonst mach ich wieder minus nein nein voll wieder voll gut durchgekommen ja aber nur weil ich so gefahren bin wie ich jetzt fahre ich kann auch wegen einer postele einen umweg fahren genau nein nein komm ich warte da auf dich bin so nett ich freu mich tust du nicht doch doch ganz toll tust du nicht dann halt nicht wenn du nicht willst ich vergesse immer dass ich erstmal so dann erstmal hier rauf sollt ihr alle da wieder über den bus rein oder was ja ich komme dir dann gleich ein bisschen entgegen zu fuß nene bitte nicht was eben sollte ich noch du wolltest du hast dann gesagt ich soll du wolltest du wartest vor allem nicht dass du mir entgegen kommst was denn da kannst du mich mitnehmen du hast gar nicht gesehen was ich gemacht hab das Recht kann ich es verweisen also ich Estehn kannst du nichts bearbeiten du hast gar nichts gesehen was ich gemacht habe du kannst dir das geliebt Was wohl? Oh no! Oh no 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 no! Das ist geil! Ich war immer der Tour! Ich hab grad gesehen, dass jemand Wertsachen verloren hat, ne? Das ist meine. Ryan! Guck mal! Ja, es gibt auch Sachen zum Einsammeln hier, ne? Vier Stück. Okay. Jetzt hab ich noch nichts gefunden. Ja, ne, da wo du lang rennst, ist auch nix. Natürlich! Habe ich mich erst mit dieser Versuchung locken. Ja, ne, da ist nichts. Ich weiß, glaub ich, eine Stelle, wo was ist. Ist sogar hier in der Nähe, glaub ich. Na, mal gucken, wo er fliege. Ich glaub, ich weiß, wo, ja. Oh, meine Beine verschwinden im Boden. Warte auf mich! Mich wundert, dass man hier so lang rennen kann. Ja, ne, kannst du lang fahren. Nein, kannst du nicht, meine ich, ne? Nein, nein, kannst du nicht. Aha! Okay, das muss ich ausprobieren bei der nächsten Fahrt. Warte auf mich, ich bin gleich da. Nein, ich komm nicht zu dir. Steine, du, ich bin zu fett. Ich wollte überfahren. Ja gut, ne, wenn man's mag. Warte, 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 warte. Was ist denn seine Mission? Warte, 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 warte. Ach, das hat die Detail in den Bauch. Schieb den mal weg, schieb den mal weg. Oh, nein. Hi. Oh, der neckeranzugt. Klaa. Klaa. Was habe ich? Oh, Nack. Was habe ich? Hier. Sie habe. Hier ist die. Sie habe. Hier habe ich. Ich habe. Wie oft? Klar. Hier. Wie oft? Sie haben. Ich wusste, ich habe was vermisst. Ich sehe gerade auf Epic, dass Voidtrain endlich mal rauskam. Wollten wir das nicht mal spielen? Ja, wollten wir tatsächlich. Das kommt auch, ich weiß gar nicht. Ich glaube entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr auf Steam. Aber ja, ich wollte es unbedingt spielen, aber du fandest es nicht so geil. Es ist halt ähnlich wie Raft, nur mit dem Zug. Und du fährst halt so durch. Durch eine Galaxiegefühl. Hab ich das gesagt? Ja, hast du. Hast du. Geiler Remix. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Jetzt macht die aber die Tür auf. Es reicht langsam. Das Schlimmste ist bei meinem Bus halt irgendwie eine Verspätung, ne? Ja gut, bei mir sind es 7 Sekunden. Ja, bei mir werden es jetzt einige Minuten sein. Ja, steht auch unten. Dann musst du mal gucken. Also wenn du willst, war ich dabei. Ja, müssen wir mal gucken. Aktuell ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Oh, du bist online. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass du streamst. Das wusste ich gar nicht. Wie, du hast die jetzt? Ja. Ich habe jetzt erst die Nachricht bekommen, dass du streamst. Von wo? Von Twitch. Und auch von meiner E-Mail-Adresse. Beides gleichzeitig. Da sage ich jetzt einfach auch nichts zu. Aber ich weiß gar nicht, ist bei Boytrain jetzt die Vollversion draußen? Oder es ist immer noch Early Access? Mann, ich würde da Geld rausgeben. Es gab keinen Hund und Busker. Oh, komischer. Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Ich habe gesehen, dass es jetzt für Steam angekündigt wurde. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob jetzt eine Vollversion da ist. Die, 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 die. Wann spielen wir eigentlich mal zusammen ein Horror-Spiel? Liebste Chefin? So, keine Ahnung, so fast oder so? Hallo? Ach, du meinst mich? Ja, ich nehme sonst niemanden liebste Chefin. Also, hm. Das wäre strange. Hm. Hm. Ähm. Ähm. Ja, ich, ich, ähm. Wo, ja, Fasmo funktioniert bei mir nicht mehr. Das, ähm. Das sagt man nicht. Das glaube ich nicht. Da sagt mein PC einfach gleich instant so, äh, nee, du, ich muss was anderes mit mir. Ach, wo steht denn hier? Hallo? Hallo? Moin! Wo steht denn deinem Bus eigentlich? Äh, links, irgendwo um die Ecke. Bei Lido. Bei Lido. Lido. Das sah knapp aus. Ich würde gut machen. Siehst du, da hätte nur noch jemanden. Ja. Ich, ich hab einmal, das war wegen Iron, hab ich einmal gesagt, ich spiel's, ne? Ja. Weil ich eine Wette einlosen musste. Ja. Ich hab das einmal gemacht, drei Runden lang. Und danach spiel ich's nie wieder. Manchmal. Ich schau mich da ein, weißt du? Nee. Ja, ich auch. Das ist ja der Witz dabei. Das ist ja der Witz dabei. Nee. Schau auf den Witz. Das ist lustig. Nee. Ich spiel aber nicht die Mildleute. Doch bitte. Nein. Bitte. Ich will das nicht ohne dich spielen, dann krieg ich Angst. Ja. Ich auch. Aber wenn ich dabei bin, dann kriegst du weniger Angst. Ach stimmt. Es war cruel. Yeah. Das hat Mappa bei Man of Medan auch gesagt. Und? Wer hat sie eingeschossen? Ja, aber Mappa ist, bin ich ich. So. Ich bin Panda. Ich bin süß. Und fett. Aber vor allem süß. Du hast den Film rot gesehen. Ja. Du weißt, was man mit einem Panda machen kann, wenn man Angst hat. Ja, ich weiß. Was? Siehst du? Ich weiß. Aber das gilt nur, wenn du mit mir in einem Raum bist. Nein, Slayer. Never ever. Nein. Ich spiele nicht Monstrum. Vergiss es. Ich werde niemals Monstrum spielen. Nee. Ich glaub, das war was, was ich bei Pan mal gesehen hab. Bei Pandoria. Das war das Spiel, wo ich gesagt hab. Ähm. Nein. Ohne mich. Ich werde auch niemals Grute Nice spielen. Nee, nee. Nee, nee. Ja, nee. Sei froh. Nein, nein. Ich weiß gar nicht. Wie ist das andere Spiel? War das Visage? Alter, das spiel ich auch nicht. Nee, das spiel ich auch nicht. Nee, das spiel ich auch nicht. Das war auch eben, was Mappa direkt gesagt. Äh. Nee. Vorne mich. Also. Ich werde keinen Monstrum spielen. Nein. Slayer. Never. Visage super. Nein, Masuna. Einfach nein. Wie, das Masuna, das sagt jetzt kein Wunder. Ja, natürlich ist das kein Wunder, aber... Masuna sieht sich da selbst drin. Das war langweilig. Ach, genau. Es war so langweilig, dass du das selber dann nicht mehr spielen wolltest. Ja, weil's so langweilig war. Nee. Da vorne steht mein Bus. Hä? Irgendwo. Hier? Ja, da oben auf der Brücke. Also siehst du ihn noch nicht, aber... Auf der Brücke? Ja, auf dieser... Also, da oben. Da! Da ist die! Ja, also da oben. Da! Da! Auf der Brücke! Oh nein! Bist du rausgepackt? Ja! Schön! Ich bin von vorne aus der Brücke. Nee, ist gut und nice. Ach so. Nee, ist gut und nice. Das fand ich schrecklich. Boah, ich find das schrecklich. Allein halt der Gedanke, du spielst da so ein Spiel, musst du irgendwelche Detektivsachen, die auf Englisch durchlesen und da musst du aber noch auf Geräusche achten, dass da kein Einbrecher irgendwie ein... Nee! Nee, nee, nee! Nee, 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 nee! Ich kann in meinen Bus nicht mehr einsteigen. Ich möchte, dass Aydaria das spielt. Ich kann... Ah, jetzt kann ich wieder einen! Was? Nein! Ein! Noch bitte! Noch bitte! Oh, ich hab neun Minuten Verspätung. Kann jemand bitte Aydaria Scrutinize schenken? Schenke ich... Geh mir wieder zurück? Geht das? Hab das nie verstanden. Was denn? Ah nee, ich muss das Geschenk ja nicht annehmen, dann kriegt derjenige das Geld zurück oder das Spiel. Ich weiß auch nicht genau. Ach Gott, Englisch, wie groß es ist? Pass mal, es geht nicht darum, dass es Englisch ist, aber du musst dir halt auf Englisch dir das im Kopf übersetzen. Was manchmal nicht so nice ist, vor allem wenn du halt auch auf Geräusche noch atmen musst. Spielst du das, wenn man das nicht schenkt? Nein! Und was von einer? Und selbst dann spiele ich es nicht. Das gute Nice, ja. An sich ist halt... Es kann schon echt hart sein, aber nee, ich will das nicht spielen. Nee, nee, da bin ich raus. Da spiele ich lieber The Crowey oder so. Kann ich ja sowieso spielen. Außerdem will ich nicht, dass man mir das Spiel schenkt. Ähm... Ja gut, dann gib mir mal das Spiel wieder! Ja! Außer von Freunden. Aber selbst da ist es... Wir sind Freunde... Ja? Juhu! Ähm, du hast meine Handynummer, also... Ja? Juhu! Ja, wir sind Freunde! All' Daria macht mich fruchtbar! All' Daria macht mich fruchtbar! Ohhh oh wrh��고 Alter. Wieso? Oh, ja. Oh nein. Was denn, Masuna? Slayer, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den durchgekleideten Samtpfoten. Ich hoffe, du weißt, was du hier gerade tust. Ja, ja, er kennt mich schon ein paar Jahre. Er weiß, was er da tut. Okay. Ja, ich wollte die Warnung trotzdem einmal rausgeben. Ne? Das soll niemand sagen. Ich hätte die Person nicht gewarnt. Ja, wie gesagt, also, Horrorspiel-mäßig würde ich gerne ähm tatsächlich The Crowley spielen. Und nein, ich werde Visage niemals spielen. Ich finde sie schrecklich. Ich werde das Horrorspiel spielen. Nein, einfach nein. Du spielst auch nicht. Außerdem ist es im Game Pass drin. Kann man es auch spielen, aber nee. Ja, aber nein. Ich will unbedingt The Crowley spielen. The Crowley ist geil. Es sieht mega geil aus, aber ich weiß nicht, ob ich es spielen will, aber ich weiß, dass Mappa mich dazu nötigen wird. Ich will mit dir mal ein Horrorspiel spielen. Das können wir auch... Wie viel konnte man das spielen? Also laut Playstation zu 8, aber ich weiß nicht wie, ob das halt wieder zu 8 ist, wenn du in einem Raum gammelst oder... Da kann man mal gucken. Je nachdem, wer es zuerst von euch hat, würde ich sagen. Oh, aber ich glaube... Ich glaube, das würde ich sogar alleine spielen, tatsächlich. Also mich kriegen da keiner sehr fett dazu, das alleine zu spielen. Oh, aber ich hatte irgendwie voll Bock drauf. Ich gucke mir auch bewusst die ganze Zeit die ganzen Stream nicht an. Ja, ich bin gerade... Gerade bin ich auch froh, dass ich... Gerade bin ich auch froh, dass ich streame und nicht Streams gucke, weil die Hälfte meiner Liste spielt das Spiel gerade. Mhm. Mhm. Fühl ich, fühl ich. Deswegen nachher wird es aber schon wieder schwer, jemanden zu finden, wo ich hinranken kann, wo... man sich nicht wegen irgendwas spoilern lassen kann. Ja, gut, ne? Warte mal, hast du eigentlich so... eine Zeit, wann du heute auffallen willst, oder...? Nö, nö. Okay, okay. Sofern mein Internet nicht wieder rumsparkt, hab ich keine Zeit, nee. Oh, ich hab einen schönen Schritt gemacht. Da Frutus morgen auch relativ lang arbeiten muss, wie er gesagt hat, ist das, äh, relativ egal. So lange, bis ich müde bin. Oh, wir haben ein neues Level. Oh, wir können jetzt einen Mond auf unserem Bus packen. Und schwarz haben wir jetzt. Und grün. Okay. Ach ja. Nächster Halt, Flusskombinale. Hey, bisher fahr ich aber echt gut. Ich hab noch nicht ein einziges Minus gemacht. Sehr ruhig, danke. Erstmal kurz aufs Spiel behenden. Nein. 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 Warum fliegst du denn raus, wenn ich das Spiel bekomme? Du bist doch der Host. Nein. 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 Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Aber du bist doch der Host. Nächster steht da sogar drauf, der Besitzer bist du. Hä? Das gibt gar keinen Sinn. Hä? Hä? Ja, gut. Ich hatte ne federfreie Fahrt. Ich hatte ne fucking federfreie Fahrt. Noch. Ja, jetzt ist das ja eh infällig. Völlig lost. Was ist los? Wir können uns aber immer noch keinen Bus leisten. Gucken, ob es jetzt besser läuft. Also irgendwie. Dann fahr ich jetzt halt die M-Road. Es ist halt so warm, ey. Ich sterbe. Heute ist ein nationaler Feiertag. Mehr Leute werden den Bus nehmen als üblich. Oh nein! Ich hab Regen! Dann darf ich auch gleich Regen. Geil. Wie geht der Ingwischer nochmal? Äh, B. 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 B 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 B. Ok, ich muss irgendwie meine Einstellungen wieder zurückkriegen, das geht so nicht. Ist dir Zeit. Jetzt kann ich einen mehr rausgeschmissen werden. Genau. Das heißt, jetzt muss ich aber dafür sorgen, dass wir Plus machen. Oh, sehr gut, besser, besser. Jetzt habe ich auch 60 FPS, also jetzt sollte es besser laufen, hoffe ich. Es sind aber nur die Einstellungen. So, ein Feiertag ist doch was Feines hier, ne? Danke. Jetzt schaue ich rein, wieder rausgeflogen. Nein, jetzt wird es mir egal, jetzt habe ich gerade den Anfang, ne? Welche Route soll ich denn jetzt überhaupt fahren? Weiß ich nicht, ich bin jetzt gerade bei M. Okay. Du kannst ja das gewehrfreudige Bäckchen nehmen. Dieses Routennamen, Alter, ist zu blöde. Nein! Nein! Oh, wie sie rennt. Die seh ich dir doch scheiße weg von der Alten. Und Freya, vielen lieben Dank auch für dein Follow. Hallo. Herzlich willkommen bei den Samtvorten. Gebärfreudiger Becher ist auch gut, ne? Ja. Ja, der ist auch gut. Ähm. Was war denn immer für'n Schicken-Schnicken-Bus? Für'n Schicken-Lugget. Schicken, für'n Schicken-Lugget, ja genau. Äh. Habe ich wieder nur 17 FPS? Ich versteh's nicht. Ich hab' sobald ich ingame bin, nur noch 20 FPS. Lol. Aber ich versteh' nicht warum. Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie gar nicht, wie viel hab' ich. Und das merkst du halt richtig doll. Äh. Äh. Oh scheiße, da ist mein Dings gerade drüber. Heh. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie viel ich hab' Einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest einen schönen schönen Samstag. Ich hab' 60. Es ist auch scheißegal, was ich einstelle, ne? Ziem. Es ist halt wirklich sehr seltsam. Weil... Letzt Mal lief's halt. Moment, Leute. Ich muss... Time me, why me. Stuff. Ich hab' das schrubben. Oh Gott. So, und jetzt gar nichts mehr. Oh Gott, ich hab' den tollen Alerts. Hm. Ich spiele den Finger. Ich weiß, welchen hab' ich ihn gespielt. Ja. Ich glaube, sie haben das Abländlicht gar nicht an. Dr. Who ist halt einfach lieber. Was ist ein Abländlicht? Das ist wirklich unverantwortlich. Machen Sie bitte das Licht an. Ja, ich weiß noch nicht, wie das Licht angeht. Was wollt ihr denn von mir? Ist das Licht jetzt an? Ne, das ist ein Blinker. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie geht das Licht an? Ah. Nicht schön, was ist. Oh, das hat sie gemeint. Ja, aber wo geht denn das Licht an? Äh. Ich weiß es doch nicht. Ich wusste nicht mal, dass das Licht aus ist. Ja. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Nicht so. Nicht so. Die schreien mich an. Ja, man geb' ich kein Licht an. Ich weiß aber nicht, wie das Licht angeht. Ja, hast du auch nicht. Ja, aber wie geht das denn an? Warte mal. Ich weiß nicht, was du spielen sollst. Bussimulator. Ja. Du weißt nicht, was du spielen sollst. Bussimulator. Steuerung. Bussimulator. Oder Final Fantasy. 14. Online. Kann ich nur empfehlen. Gibt's davon nur Offline-Versionen. Du bist so blöd, denn nicht schön. Jetzt kommen alle zu dir. Ja, okay. Ja, schon. Teilfest, aber vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, Inja. Was tut ihr eigentlich? Warum? Ich hab' halt lustig. Ich muss öfter da sein, dann läuft's. Ja, ich merk's schon. Ich hab' bald auf... Nooo. Nooo. Ich hab' dein Stream auch auf. Ich hab' deinen auch auf. Ich hab' deinen auch auf. Ich lese auf deinen Chat. Ich deiner auch. Haka, Automatbeleuchtung. Brauche ich nicht, was ist das hier? Innenbeleuchtung Hauptlicht durchschalten. Ja, ich hab' noch L gedrückt. Was wollt ihr von mir? Mal gucken, ob's jetzt besser läuft. Ich hoffe ja. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder meinen die das Fernlicht? Ja. Ja. Ja, aber... Ich glaube. Ich bin... Keine Ahnung. So, ich hab' ja... Ich hab' noch mal L gedrückt und ich hab' jetzt Fernlicht an. Fernlicht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber... War doch einfach. Wer beschwert sich denn? Alle! Ach, die Leute. Beim Bus Simulator kommt bei mir nichts Gutes raus. Ja, beim iDarig auch nicht. Nö. Merkt man ja. Bei der ersten Fahrt 40.000. Minus. Nicht plus. Minus. Was hatte ich grad? Minus, ich glaub 3000 irgendwas. Süß. Wirklich süß. Warte, bei mir? Ich bin grad 2000 im Plus. Ach. Das wird ne Plusrunde. Naja, klar. Das letzte wär' auch ne Plusrunde gewesen, wenn ich nicht rausgeflogen wäre. Jaja, klar. Also ich weiß ja nicht, wem das zu zählen willst, aber... Euch? Wir wissen beide, dass das... Ne, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Das ist ein Mist, da geht der mit Null raus. Das Spiel läuft doch jetzt an sich flüssiger oder bilde ich mir das grad ein? Also bei mir sieht... Es sieht bei mir flüssiger aus. Wenn ich bei dir gucke. Ja, bei mir auch. Ich hab jetzt permanent so 26, 25, 26 FPS, sag mal. Ich mein, alleine 26 ist halt eigentlich nix, ne? Ne. Vor allem wenn du überlegst, ich spiele halt Final Fantasy. Durchgehend eigentlich fast mit 144. Und so'n fucking Bus-Simulator, weißt du? Der schafft grad mal 26? Ja, nee, ist klar. Aber ich weiß halt nicht warum. Letztes Mal lief er nämlich definitiv besser. Hm. Keine Ahnung. Aber das habe ich manchmal bei einigen Spielen auch. Ich sag nur Witcher 2. Das war auch so ne Sache für sich. Ich hab immer noch mal ein Blinker an. Lido. Da bin ich grad befinden. Warte, ich lauf nochmal zurück. Ähm. Im Regen, es ist nass. Ähm. Vergiss es nicht. L-läufst du jetzt zurück? Ja klar, warum frage ich eigentlich? Natürlich läuft sie zurück. Ähm. Du weißt schon, dass sie da gleich auch noch lang fahren muss? Was? Sie läuft im Regen durch Sturm und Wind. Es ist die Aldaria mit ihren Füßen auf dem Asphalt. Mit ihrem stürmenden Kind. Welches Kind? Keine Ahnung. Du meinst wahrscheinlich Kinn mit meinem stürmischen Kinn. Was ist denn ein stürmisches Kinn? Eins, was schnellertlich so rechts, Mädels. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Erfi, warte da bitte. Warte, 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 warte. Warte. Warte, warte. Das war so furchtrautsch. Wer weh denn hier? Was? Wie weh denn das Kinn? Du, was? Was? Du, was? Guck dir mal meinen schönen Stau an. Ja, das ist super, der wozu? Einfach dann vorbei. Kannst du bei meinem Bus halten, bitte? Ja, aber bitte mal nicht die Tür einfach rauf. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön! Niemand, wirklich niemand, der dieses Spiel spielt, macht es so. Ja. Nee. Aber das ist halt unser Charme. Ja, stimmt. So, es muss so sein. Was ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Hier hört jemand komische Geräusche. Nee, ich war gestern nicht im alten Sägewerk. Nicht? Nee. Ich bin nicht so der Party-Schmati-Mensch. Nee, ich auch nicht mehr. Habe ich gerade gestern erst den Frühschluss gefragt. Meinte er so, na, Party mache ich so, nö. Aber mir machst du gerne Party, oder? Oh, ja. Korb. Huch, falsche Einzelstelle. Korb an, wie hieß er, Freyden? Freyden. Freyden. Nee, bloß Fahrerlaubnis wäre weg gewesen. Oh, ja. Nee, bloß Fahrerlaubnis wäre schon lange weg. Du hast eine Erlaubnis? Ja, ne, illegale. Du hast dich ja noch Freude. Ja, sonst dürfte ich ja wohl kaum mit Alkohol auf Steuer sitzen hier, ne? Ja, ob du das darfst, ist so ne andere Sache, ne? Ja, das darf man. Ja, ne, das bezweifle ich irgendwie. Doch, klar, solange du nicht über 5 Promille bist, darfst du. Nee, ich glaube nicht. Welche Busfahrer? Ich glaube ja nicht. Tschüss. Ah, schön. Ihr habt das Spiel auf eine ganz neue Ebene gebracht. Hä? Ich fahr voll normal, was ist mit euch? Aber du denkst dabei nicht normal. Ja, ich bin ja auch nicht normal, aber ich fahre vernünftig. Was war mit dem im Rollstuhl? Ich sagte, ich fahre vernünftig. Nicht, dass ich Menschen nicht vergesse. Das gehört dazu, ja? Nee, ich habe noch keinen Menschen rumgefahren, so wie du vorhin zwei. Kommt noch. Nee. Hey, wo habt ihr? Hier ist die Fahrt. Das ist mir nicht mehr passiert mit meinen, keine Ahnung, 10 FPS. Was? Aber mit deinem komischen Wattelbus. Ja, aber wir haben ja keinen Gelenkbus. Noch nicht. Er kann ja nicht schwirken. Noch nicht. Ich will unbedingt einen Gelenkbus, ne? Komm unbedingt einen. Ich glaube, solange wir wahrscheinlich heute spielen, haben wir spätestens nachher sowieso einen Gelenkbus. Also man merkt schon, wenn man zu zweit spielt, dauert es wesentlich länger, als wenn man zu viel spielt. Ja. Oder zu dritt. Ja. Das ist schon sehr schade, ne? Wir müssen mal hier wieder so eine Dreier-Session machen. Oder eine Vierer-Session. Ach, da sind wir ja fast durch mit dem Spielstand. Ja, das ist lustig. Außerdem hatten wir das DLC dann noch nicht, okay? Ja. Ja. Aber die zwei Haltestellen, die dazu gekommen sind. Das sind mehr als zwei, ey. Also drei, ey. Nooo. Wow. Drei Haltestellen, ganze drei. Geil. Ja. Ja, das bringt das Spiel. Erlebt jetzt auf ne ganz neue Ebene. Juhu. Ja, natürlich. Wenn du die nicht hättest, dann wird das Spiel um drei Monate schnell kürzer. Oh, das ist für die nicht nimm. Ah. Wiedersehen. Zum Glück habe ich mein Fenster zu. Nein. Er brümst jetzt nicht im Keller. Ich bitte eine Fargkarte. Niemand. Wirklich niemand. Und dann komm ich. Ich hab im übrigen gesehen, das Spiel, was ich da gesehen hatte auf der Playstation, das hat nur Einzelspieler. Nein. Was wir unbedingt zusammen spielen wollten. Ja. Ja. Oh je, das wird noch eine lustige und sehr lange Nacht. Nur gut, dass ich morgen frei habe. Ja. Wir müssen aber unbedingt mal gucken, wie in einem anderen Spiel, dass wir zusammen spielen können. Totaler Abriss dann. Oh ja. Stopp. Irgendein zu Weiby Spiel oder so. Wo ich alles mache und du einfach nur alles erkundest. The Forest. Oh nee, The Forest ist langweilig. Das ist tatsächlich schon ausgelutscht. Hab ich tatsächlich noch nie gespielt. Ah, cool. Was? Ja, ich hab's mit einem ehemaligen Schulfreund hab ich's mal gespielt. Der war aber halt dauerbreit. Und wenn er dauerbreit war, war er halt etwas launisch und nervig und ne, einfach und. Und, naja. Vor allem. Dann wollte ich nicht mehr spielen. Vor allem Walheim, weißt du. Slayer ist ja nicht so, als hätten wir das beide angefangen und ich hab da auch schon das meiste von gemacht. Ich wollte gerade fragen, ist das ein Scherste oder gibt's The Forest 2 dann wirklich bald? Es kommt, Suns of the Forest kommt. Aber ich bin mir grad nicht sicher, ob das dieses Jahr noch kommt oder ob das... Ich glaub es kommt dieses Jahr noch. Oh ja, ja, ja. Mhm. Aber ja, sowas müssten wir echt mal machen. Ja, aber doch kein Horrorspiel. Nein, natürlich nicht. Irre. Kommt Oktober oder so, ja. Ich, ich muss allgemein... Ich muss allgemein mal gucken, weil es kommt jetzt raus. Am 19. kommt Stray raus. Stray muss ich mir wahrscheinlich im Übrigen doch kaufen, weil es ist scheiß neue Placeshow, der ja erst irgendwie am 23. kommt oder so. Mhm, nett. Ja. Toll. Denk ich mir so. Danke für nichts. Der Witz daran ist, in, ich glaub in Japan oder so, haben die es halt schon seit Anfang des Monats. Äh. Das hat dann mehr bei uns so. Ich hab ihn, hab ich ihn schon gezogen. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar. Ja. 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 Er hat das so ein Frutus erzählt, er hat mit den Augen gerollt und angefangen zu lachen. Und dachte sie nur so, oh nein. Ja, in jedem zweiten Spiel ist es entweder eine Katze oder Trosch. Ja. Ja. Ist ja an sich geil, aber... Katze! Ja, du musst erst mal Cat Café Manager und sowas spielen. Müssen wir gar nichts außer aufs Klo. Ich möchte in deinem Stream alle Katzengames sehen. Wer ist dafür? Zahlst du sie mir? Mach ne Abstimmung. Mach ne Abstimmung. Zahlst du sie mir? Mach ne Abstimmung. Zahlst du sie mir? Du musst sie ja nicht alle auf einmal kaufen? Klar. Mir geht ja gar nicht. Ich komme gar nicht an einem Tag raus. Ja, dann warte ich bis das letzte Spiel draußen und so kommen wir halt auf einmal. Du meinst so wie deine anderen 6000 Spiele auf der Wunschliste? Ja. Es sind Katzen. Sie will jedes davon spielen. Albert, es sind Katzenspieler. Ja, echt? Es sind einfach nur Katzenspieler. Ich und die nicht spielen wollen. Was ist denn mit euch und wer bezahlt? Junge ey, du musst doch die Geld mit euch mal verkaufen. Was ist mit euch? Und es sind zu 90% Indie-Spiele. Indie-Spiele kosten keine 70 Euro. Die kosten maximal meistens 20, 30. Was ist mit euch? Was ist mit euch? Bitte spoilern mich nicht. Ich wollte die eigentlich gucken, aber ich kann nicht. Ich spring grad. Bitte nicht spoilern. Es war rot. Ja, jammer nicht, dass rot war. Es ist doch scheißegal, ob rot war. Bei rot fährt man. Ab heute. Ja gut, das braucht niemand. Persona 3, 4, 5. Ich brauch. Ein Needles. Ich brauch niemand. Ein Needles. Doch, Persona 5 wurde sich glaub ich gewünscht. Irgendwann mal von mir, dass ich das spiele. Und ich hab's auch auf der Wunschliste. Ich muss bei mir mal meine Spiele unten aussortieren, weil ich glaub eins davon brauch ich nicht mehr spielen, weil die Person wahrscheinlich eh nie wieder da ist. Das andere Spiel werde ich nicht spielen. Ich kaufe mir kein Spiel für 40 Euro für zwei Stunden. Ach das. Ja. Ich kaufe mir meine Little Pony Save nicht für 40 Euro für zwei Stündchen. Nee, muss nicht sein. Nee. Ich freu mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ja, das glaub ich dir. Das glaub ich dir, Dira. Aber wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ich freu mich so aufs Drainer. Ach, es ist so zu gut. Es wird einfach so gut. Komm! Entschuldigung! Machen! Ja! Du bist jetzt!